So Leute, Peace Leute, Mädels und Jungs. So, meine Wohnung erzählt eine Geschichte, ja, eine Geschichte, die politisch in sämtlichen Richtungen geht, ja. Eine mit Rechtsradikalismus, Linksextremismus, wo viel Politik enthalten ist in meiner Wohnung, die als Kunst zur Ausschau steht, ja. Auch wenn ich nur ziemlich alleine in meiner Wohnung bin, viel habe ich euch schon präsentiert, ja. Ja, es hat was mit Krieg zu tun, es hat zu tun mit Frauen, es hat zu tun mit Drogen. Ich habe schon einiges präsentiert und ihr versteht diese Geschichte offenbar nicht. Die haben alle was auch mit meinem Leben zu tun. Hier steht auch eine Lebensgeschichte, ja, über sämtliche Drogen, die ich heute nicht mehr nehme und auch nicht mehr nehmen will, ja. Und politisch sehr viel, so wie ihr auch gesehen habt, ja, ich habe viele Autogramme von Politikern hier. Ich habe Autogramme von Irene Fischer, es gibt von Gangster-Web hier was zu sehen, ja. Es gibt von schönen Frauen was, wie ich schon gesagt, ja. Und viel erzählen auch meine T-Shirts, viel erzählen meine Videos. Alles hier in der Wohnung erzählt eine riesige, großartige Geschichte, ja. Da ist von Zeichentrickfiguren als Sticker bis auf hübscheste Mädels, die auf edlen Postern gedruckt worden sind und an der Wand gebracht sind, sind hier zu betrachten, ja. Was ich euch aber alle schon gezeigt habe, ne. Und ich habe auf meinem YouTube-Kanal eine großartige Geschichte erzählt, ja. Und finde ich wirklich klasse, was ich gemacht habe, ja. Vielleicht ist es der Grund, warum ich vorwärts kam, ja. Dass ich überhaupt vorwärts komme, ja. Dadurch, dass ich diese Videos gedreht habe, ja. Auch wenn ich ein paar Ausraste hatte, ich hatte einmal so einen Wutausbruch gekriegt, ja. Weil die Moderatoren vom 1Live mich so vorgequatscht haben, weil sie ständig mein Handy überwachen und ständig dabei sind. Und gucken, was ich mache, ja. Da habe ich auf mein Handy geklatscht. Zum Glück kam da gerade ein bisschen Geld und da habe ich mir das in der Recklingenhausen hier bei deinem Handy Reparaturmeister, habe ich mir ein neues Display reinmachen lassen. Hat er sofort da gehabt. Ja, ich habe ein gutes Handy. Das ist ein Mittelklasse-Handy. Ein Samsung Galaxy A41. Damit kann man einiges machen, ne. Und, naja, und so kann ich natürlich auch weitermachen mit meinen Geschichten und Sachen, die ich erzähle, ja. Und Mädels und Jungs da draußen, ja. Ja, ihr wisst Bescheid, ja. Und die Schlauen da draußen, wenn die mich immer noch nicht einzuschätzen wissen, ja. Weil ich alles durcheinander quatsche irgendwie und widersprüchlich. Eigentlich im Grunde genommen mache ich das alles extra, ja. Aber ich bin intelligent. Die Intelligenten da draußen, die müssten mich eigentlich verstehen, wer ich bin, ja. Ich bin nicht doof, auch wenn ich psychisch angeschlagen bin, ne. Guck mal, habe ich nicht eine coole Frisur. Ja, ich bin übrigens gerade aus dem Mars-Regelvollzug gekommen. Der wurde vor drei Monate verhaftet. War ganz interessant, die drei Monate. Ich habe natürlich besser gespielt wie die anderen, ist klar, ne. Natürlich wollten die mich auch ein bisschen verkloppen, so. Aber ich war ein besserer Spieler, ist einfach so. Und die Mädels da hatten mich auch ein bisschen beschäftigt. Das war gut. Das war ganz gut, dass es alles so abgelaufen ist, ja. Das hat mir Kraft gegeben und das hat mir Spaß gemacht. Und ich war der bessere Spieler, ja. Ich bin irgendwie ungeschlagen bis jetzt, ja. Knast hin, Knast her. Trotzdem bleibe ich ungeschlagen irgendwo in diesem Game, ja. Irgendwo. So sehe ich das jedenfalls, ne. Auch wenn man wirklich ein sehr harter war, ja. Ich bin ein harter Bock, man wollte mir den Weg noch schwieriger machen. Aber ich bin ungeschlagen, ja. Und morgen früh muss ich erst mal zu meinem Scheißdoktor, zu dem Scheißmörder, genauso viele anderen, zu denen ich eigentlich kein Vertrauen hatte, ja. Aber Vertrauen muss man sich manchmal hart erkämpfen, ja. Vielleicht kriegt ihr es irgendwann durch mich, ja. Dass ich Vertrauen in mir fasst, ja. Wer ich bin, um was ich sage. Und dass auch viele Sachen ehrlich gemeint sind, die ich ausspreche, ja. Dass ich einfach die klügere Birne bin, ne. Nicht einer von den Trütteln da draußen. Also Mädels. Peace. Ich möchte nicht viel sagen. Ich wollte mich nochmal wieder präsentieren, ja. Ein neues Video von mir posten, damit ihr seht, wie ich aussehe. Ich habe mich geholt. Ich habe ein bisschen zugenommen, ja. Ich bin wieder zu Hause und jetzt geht es weiter. Peace Mädels. Haut rein. Und Boys, bleibt sauber. Ich hole mich nicht. Und ich habe noch gesehen, wenn die bombge também bei ihnen gedacht. Und ich binANSos survival bin. Ich hilол, das ist nicht so eine bestimmte Grundhe. und mit dem 위 1 Mal法 the Beauj Emmanuel. Ambruder im Datucken. Ich bin Alright.